schauen wie ich lustig bin jetzt gehen wir erstmal schlafen dass wieder tag ist klingt komisch ist aber so so schlafen und dann haben wir wieder einen tag rum und schon eine gute halbe stunde minecraft gespielt und ich muss sagen wenn ich die tasten finde so läuft doch recht gut von der performance her also wahrscheinlich bleibt jetzt bei dx story muss ich mal schauen link zu dx story ist natürlich auch in der video beschreibung warum habt ihr noch nicht gebietet ihr schweine priester 3 ihr müsstet eigentlich brüten 44 ja ihr müsstet eigentlich brüten warum die nicht brüten also neuen villager zeugen ist komisch egal vielleicht muss man die noch mal anreizen und jeweils einen aus der zelle töten aber das wollen wir nicht unbedingt warum habe ich nicht so viel glas mitgenommen wollte ich sagen also viel sand mitgenommen weiß ich jetzt auch nicht so wir haben drei dinge drei blöcke blöcke drei spitzhacken so rum und ja da muss ich jetzt einfach mal kippen und der kripper hat uns jetzt nicht mehr gesehen glaube ich mir hat er nicht an dem haus ja muss ich auch noch mal weiter arbeiten vielleicht tue ich mir da die cleo wieder zu ran um das zu machen jetzt habe ich eigentlich mal kurz gucken habe ich eigentlich noch den einen mod drauf weil ich glaube ich habe mir noch einen zweiten mod mal installiert block chest previous sieht nicht so aus oder nee mal kurz gucken nee ich hatte mal zum testen industrial kraft installiert für die fürs vermehren der schafe genau aber das da bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen das zu machen und ich frage mich gerade warum ich hier runter lauf das weiß ich nicht das weiß ich gerade nicht warum hier noch irgendwas was nein 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 ok ja und hier unten da ist noch ein slime der anderen spawnt hier muss ich dann auch bei gelegenheit mal ein bisschen schleim aufräumen genau äh was ein bisschen strange ist ich hab mir ja wie heißt er noch mal enchantment plus mod installiert und da muss du jetzt da muss man jetzt wenn man enchanten wieder wieder enchanten möchte muss man die blöcke abbauen die blöcke die enchantment tables abbauen so heiland zack was habe ich heute für ein sprech durchfall so damit ich finde ich finde kann keinen passenden gedanken sie abartig damit damit es entschalten wieder funktioniert genau da habe ich noch grad abgebaut so wir haben jetzt anderthalb eins deck das ist eigentlich nicht schlecht damit es funktioniert so rum heiland zack ich habe heute echt einen sprecht durchfall und das ups ne du kommst raus naja eiland zack so öh ok kacke hm ah da haben wir ja auch noch zeug rumgammeln na super da müssen wir dann mal gucken wie wir das da auch machen weil das ist ah monster fallen sind kacke muss ich einfach mal schauen wie ich das mit den spawner mach aber ich würde sagen für die nächste halbe stunde gehen wir mal in eine höhle ähm so ein bisschen eisen farmen ich schau mal gehen wir mal hier runter ja drei spitzhacken ich ich göbbel mich erst noch mal kurz aus weg weg mitnehmen weg naja behalten wir mal weg 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 das essen behalten wir mal die kommen weg 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 äh ja das passt ich hab mich grad erschreckt ey so dann gehen wir mal hier runter in unsere minenschächte die wir ja schon ewig nicht mehr betreten haben ich glaub warum sind hier abgänge ah das sind ich weiß gar nicht mehr für was hm komisch äh ja das sind die langen gänge die minensch mining schächte ich werde vielleicht dann auch bald noch mal so eine kleine pseudo special folge für ähm ja für sagts mal doch für grip mining also strip mining erstmal machen habe ich die schlucht eigentlich erkundet ja die hab ich erkundet äh äh komm wir gehen jetzt hier einfach mal rein hier waren wir noch nie vielleicht ergibt sich ja was ähm ja eine special folge für crit mining crit mining muss ich aber mal schauen denn ich hab jetzt ich hab ja eine private spielwelt und lapis lazuli eines der dinge die wir nie brauchen werden außer wir wollen zeug verfärben äh immer noch mal eins hoch ähm ah das wird dann auch wieder eine eine high speed folge nix ähm wo wir wirklich dann oder ihr drei stunden zuhören muss müsst um ja äh mich einfach nur beim grad ausfarmen zu sehen so wie jetzt eigentlich naja hätte ja sein können dass ich hier was find direkt außer äh sagt's mal außer lapis gold hat sich gelohnt so dann gehen wir hier weiter ah genau da kommen wir die minenschächte genau da waren wir ja auch schon lange nicht mehr aber die könnten wir eigentlich ja auch noch ent entforschen erforschen meine ich und ich merke grad dass ich ein bisschen weiter weg vom Mikro gehe das ist schlecht so überall wo fackeln sind waren wir ja schon mal gut hier sind sehr viele fackeln aber die kohle nehme ich mal mit weil die brauchen wir auf jeden fall alleine zum fackeln machen brauche ich die sonst fackeln wir nicht mehr lange rum und müssen sterben und dann wäre alles weg 21 level für den allerwertesten aber das wollen wir ja nicht und in der zeit wo wir jetzt hier unten sind hier unten rumgammeln in der höhle werden hoffentlich fröhlich eisengolems gespawnt und das ist auch so ein schöner vorteil des dimension anchors habe ich ja schon gesagt was haben wir hier was haben wir hier nichts ok hier ist auch dead end aber nicht hier da gehen wir mal kurz durch valdamin oder ist da eins oben drüber der schacht scheiße buddeln wir uns mal hier hoch da müsste er eigentlich gleich kommen also es hört sich schon mal so an als ob hier was wäre vor allem spinnen und ich bin wahrscheinlich schon viel zu tief noch oder hört sich so zumindest an oder so das hört sich so nach spinnen spawner au spinnen spawner an so eiland zack was geht denn hier ab ja spin spawner das trifft sich ja eigentlich würden die kackviecher nicht so rumbacken richtig gut an so jetzt sind sie angelockt so dann machen wir das kack ich muss mal das futtern sonst verrecken wir hier jämmerlichst so das wollen wir ja nicht dann leuchten wir das hier alles erstmal schön aus schau mal schau mal komm ich da hin nein so so dann können wir vielleicht hier auch noch eine spinnen xp spinnen xp falle bauen wäre eigentlich auch nicht schlecht ne das lassen wir mal da stehen genau aus diesem grund so einmal und dann erkunden wir hier erstmal ein bisschen rum na da geht sie schon weiter sehr schön spinne spinnen ship vergiftet das ist halt wenn man auf normal spielt da wird man halt die packt in der wand rum na super naja lassen wir die uns einfach mal angreifen ich habe schon gedacht dann da kommt ihr schon das erste rang geschissen und trifft mich natürlich gleich so ja glitsch kacke kacke nein nein so jetzt müssen wir mal kurz warten damit das leben nachgefüllt wird sonst sind wir tot in der zeit setze ich mich mal kurz anders hin anders hinsetzen ein bisschen weiter weggerutscht vom mikro so wieder ran ne ich habe was in der Hosentasche was mich stört so raus das war's so jetzt sind wir wieder bei vier herzen das müsste eigentlich passen alter was geht denn hier jetzt ab ich höre ein Zombie wow du mieses kleines Drecksding so oh jetzt darf ich mich aber nicht treffen lassen von irgendwas ansonsten baue ich mich ein bis die herzen wieder generiert haben wow gefährlich so komm her auch kohle und ich schalte mal kurz hier müsste eigentlich richtig gewesen sein genau ihr seht ihr jetzt hier habe ich ein ja Schwert habe ich mit ich zeig es euch gleich nochmal äh so fackeln 28 kohle und so ja die müssen euch reichen erstmal ihr seht ihr hier die roten xe beziehungsweise jetzt ähm das ist auch ein feature von not enough items who was dead und vor allem von wo ähm das zeigt an das zeigt an also Vielen Dank.